Du, Rabia, was machen wir denn am Sonntag? Ich weiß nicht. Vielleicht ist ja in der Stadt was los. Ja, vielleicht. Schauen wir doch mal im Internet nach. Was soll ich denn googeln? Tipps fürs Wochenende? Hm, ja. Oder geh doch mal auf die Seite stadtzeitung-online.de. Hm, stadtzeitung.de. So, hier ist die Startseite. Politik, Wirtschaft, Aktuelles. Ich glaube, du musst auf Tipps und Termine klicken. Tipps und Termine? Wo denn? Hier oben. Ach ja. Veranstaltungen am Wochenende. Perfekt. Genau. Da finden wir alle Infos. Die Wettervorhersage für Samstag, den 11. Mai und Sonntag, den 12. Mai. Am Samstagvormittag ist es bewölkt und windig bei Temperaturen um 14 Grad. Am Nachmittag kommt zeitweise die Sonne heraus. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad. Der Sonntag beginnt kühl mit Temperaturen um 11 Grad. Vormittags regnet es. Nachmittags ist es bewölkt, aber trocken bei Temperaturen um 18 Grad. Schau mal, Miguel. Internationale Filmtage im CineCenter. Das finde ich interessant. Hm, nicht schlecht. Oder hier. Eine Radtour zur Wartburg. Um 10 Uhr geht's los. Ich weiß nicht. Warum nicht? Wir fahren doch gerne Fahrrad. Ja, schon. Aber du hast doch die Wettervorhersage gehört. Am Sonntagvormittag regnet es. Stimmt. Im Regen Fahrradfahren macht wirklich keinen Spaß. Also, gehen wir ins Kino? Ja, in Ordnung. Oder noch besser? Wir gehen zuerst zum Straßenfest und dann ins Kino. Das finde ich gut. Dann können wir auf dem Straßenfest etwas essen und müssen zu Hause nicht kochen. Super Idee! Rabia, kommst du mal? Gleich. Gleich. Ich bin gerade im Bad. Unter der Dusche. Hier ist eine E-Mail für dich. Für mich? Ja, von Lukas. Rabia? Wer ist Lukas? Kenne ich ihn? Wer ist wer? Einen Moment, Miguel. Ich verstehe dich nicht. Ich komme gleich. So, ich bin jetzt fertig. Was ist los, Miguel? Was guckst du so? Kann ich dich etwas fragen, Rabia? Ja, du kannst mich alles fragen. Liebst du ihn? Wen? Lukas. Natürlich. Warum fragst du? Er hat eine E-Mail geschickt. Er will dich treffen. Das ist schön. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Vielleicht können wir ihn am Wochenende besuchen. Wir? Sag mal, Rabia, wer ist eigentlich dieser Lukas? Na, mein Neffe. Der Sohn von meiner Schwester. Du kennst ihn doch. Er war letztes Jahr auf meiner Geburtstagsfeier. Weißt du noch? Er ist neun Jahre alt und liebt Fußball, Facebook und Computerspiele. Ah, der Lukas. Hallo, Rabia. Endlich rufst du an. Hallo, Lukas. Ich habe deine Mail gerade erst gelesen. Ich möchte dich sehr gerne sehen. Miguel auch. Möchtest du uns am Samstag besuchen? Na klar. Ich besuche euch gerne. Prima. Kommen deine Eltern mit? Fragst du sie mal? Sie sind nicht da. Aber ich rufe sie an, okay? Wir sind neu in der Stadt und suchen eine Wohnung. Aber wo finden wir eine? In unserem Haus wohnen keine Kinder. Ich suche neue Freunde. Wo finde ich welche? Oh je, ich habe Zahnschmerzen und suche einen Zahnarzt. Wo finde ich einen? Ich habe Hunger und suche ein Restaurant. Wo finde ich eins? Luisa, hallo. Hallo, Karim. Bist du zu Hause? Nein, ich bin unterwegs. Ich bin gerade in der U-Bahn und fahre zum Bahnhof. Ich will meinen Papa besuchen. Ach so. Wohnt dein Vater nicht hier in Frankfurt? Nein, in Heidelberg. Na dann muss ich heute wohl alleine zum Sport gehen. Ja, tut mir leid. Am Sonntagabend bin ich wieder in Frankfurt. Ich rufe dich dann an, okay? Alles klar. Bis dann. Und viel Spaß in Heidelberg. Danke. Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Ganz einfach. Nehmen Sie die S-Bahn. Die Linie 8 fährt zum Flughafen. Und wo ist die nächste S-Bahn-Haltestelle? Da drüben. Sehen Sie das Schild? Ah ja, vielen Dank. Entschuldigung, ich möchte zum Bahnhof Frankfurt-Süd. Ist das weit? Nein, das ist nicht weit. Fahren Sie mit der U4 zum Willy-Brandt-Platz. Dort steigen Sie um und nehmen die U1 in Richtung Frankfurt-Süd. Wie viele Stationen sind das? Ich glaube, das sind nur zwei oder drei Stationen. Vielen Dank. Gerne. Entschuldigung, wie komme ich zur VHS? Nehmen Sie die S9 in Richtung Hanau. Steigen Sie an der Ostendstraße aus. Von dort können Sie zu Fuß gehen. Es sind nur ein paar Minuten. Danke. Ach, noch eine Frage. Wo kann ich die Fahrkarte kaufen? Am Fahrkartenautomat. Da drüben ist einer. Ah ja, danke. Guten Tag, ich möchte nach Heidelberg. Wann fährt der nächste Zug? Mal sehen. Der nächste Zug fährt um 10.55 Uhr von Gleis 11. Wie lange dauert die Fahrt? 53 Minuten. Der Zug kommt um 11.48 Uhr am Hauptbahnhof an. Muss ich umsteigen? Ja, in Mannheim. Sie haben dort Anschluss um 11.35 Uhr mit dem Regionalexpress nach Heidelberg. Was kostet die Fahrkarte? Hin und zurück? Nein, nur die Hinfahrt. 28 Euro. Möchten Sie einen Platz reservieren? Nein, danke. In Ordnung. 28 Euro dann. Hier, bitteschön. 30 Euro. Vielen Dank. 2 Euro zurück. Und hier sind Ihre Fahrkarte und Ihr Reiseplan. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Fahrt. Hallo, guten Tag. Wann fährt der nächste Zug nach Dresden? Dresden. Einen Moment. Sie können den ICE um 13.19 Uhr nehmen. Gleis 9. Wie oft muss ich da umsteigen? Nur einmal. In Leipzig. Sie sind dann um 18.38 Uhr in Dresden. Um 18.38 Uhr. Gut. Was kostet die Fahrkarte? Guten Tag. Ich brauche eine Fahrkarte nach Berlin, bitte. Zum Hauptbahnhof. Gern. Der nächste Zug fährt um 12.58 Uhr von Gleis 11. Sie müssen in Hannover umsteigen. Entschuldigung. Wo muss ich umsteigen? In Hannover. In Hannover. Und wann komme ich in Berlin an? Sie sind dann um 17.09 Uhr in Berlin. Das ist in Ordnung. Sagen Sie, gibt es vielleicht einen Spezialpreis für Senioren? Ich bin nämlich schon 79. Wissen Sie? Ich besuche meine Tochter in Berlin. Verehrte Fahrgäste, Intercity 113 nach Karlsruhe, planmäßige Abfahrt, 18.20 Uhr, hat heute eine Verspätung von ca. 15 Minuten. Der Grund ist eine technische Störung. Wir bitten um Entschuldigung. Verehrte Fahrgäste am Gleis 9, ICE 563 nach Hannover, planmäßige Abfahrt, 17.55 Uhr, fällt heute aus. Der Grund ist eine Störung auf der Strecke. Informationen zu Ihren nächsten Reisemöglichkeiten erhalten Sie am Service-Schalter. Verehrte Fahrgäste, dies ist eine Information zu Regionalexpress 2558 nach Limburg, planmäßige Abfahrt, 14.10 Uhr. Der Zug fährt heute nicht von Gleis 5, sondern von Gleis 6, direkt gegenüber am selben Bahnsteig. Ich wiederhole, der Regionalexpress nach Limburg fährt heute von Gleis 6. Verehrte Fahrgäste, Vorsicht am Gleis 11! Einfahrt ICE 224 nach Basel über Mannheim, Stuttgart und Freiburg. Ich wiederhole, Vorsicht bitte am Gleis 11! Der Zug fährt ein. Verehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof. Sie haben dort Anschluss an einen Intercity nach Karlsruhe und einen Regionalexpress nach Heidelberg. Schönen guten Tag. Die Fahrkarten bitte. Hallo? Entschuldigung. Ihre Fahrkarte bitte. Hm? Oh, einen Moment. Hier, bitte. Sie wollen nach Heidelberg? Ja, richtig. Ich muss in Mannheim umsteigen. Tja, das ist jetzt leider zu spät. Der letzte Halt war Mannheim. Wir sind gleich in Stuttgart. Ach, so ein Mist. Was mache ich denn jetzt? Steigen Sie in Stuttgart aus und fahren Sie von dort weiter nach Heidelberg. Einen Moment. Ich schaue nach, wann Sie Anschluss haben. Um 12.28 Uhr fährt ein Regionalexpress von Gleis 7. Gut, danke. Dann nehme ich den. Muss ich jetzt noch etwas bezahlen? Nein, ich habe ja keine gültige Fahrkarte nach Stuttgart. Nein, das ist in Ordnung. Aber für die Fahrt von Stuttgart nach Heidelberg brauchen Sie schon eine neue Fahrkarte. Sie wollen ja nicht schwarz fahren. Nein, natürlich nicht. Vielen Dank. Gerne. Schau mal, Tayo. Hier, diese Wohnungsanzeige. Vier Zimmer, Küche, Diele, Bad. Hm, 90 Quadratmeter mit Balkon. Im Zentrum. Das ist gut. 950 Euro kalt. Das ist aber teuer. Ja, das stimmt. Was ist mit dieser Wohnung hier? Die hat aber nur drei Zimmer. Drei Zimmer reichen doch. Und schau mal, es ist ein Neubau. Sofort frei. Und hat sogar eine Einbauküche. Was kostet sie denn? 750 Euro warm. Das ist ja super. Dann rufe ich gleich dort an und vereinbare einen Besichtigungstermin. Imh Hausverwaltung, Hellmann. Guten Tag. Guten Morgen. Mein Name ist Michaela Fischer. Ich habe Ihre Wohnungsanzeige in der Zeitung gelesen. Ist die Wohnung noch frei? Welche Wohnung meinen Sie? Die Drei-Zimmer-Wohnung für 750 Euro. Ach so. Die Drei-Zimmer-Wohnung im Neubau mit Einbauküche. Ja, richtig. Die Wohnung kostet doch 750 Euro warm. Ja, das sind 670 Euro, zuzüglich 80 Euro Nebenkosten. In welchem Stock befindet sich die Wohnung? Sie ist im dritten Obergeschoss links. Wann möchten Sie die Wohnung besichtigen? Mein Mann und ich arbeiten beide und können erst ab 17 Uhr. Wie ist es morgen Nachmittag um 17.30 Uhr? Morgen Nachmittag passt gut. Dann treffen wir uns morgen um 17.30 Uhr. Die Wohnung ist in der Töpfergasse 6. Gut. Vielen Dank und bis morgen. Wohin sollen wir das Sofa stellen? Stellt das Sofa bitte unter das Fenster. Was machst du mit dem Bild? Ich hänge das Bild über den Fernseher. Das ist aber eine schöne Vase. Ja, stell sie bitte auf den Tisch. Soll ich den Teppich unter den Tisch legen? Ja, leg ihn unter den Tisch. Wohin kommen die Bücher? Ich stelle sie gleich alle ins Regal. Schau mal, Tayo. Hier, diese Wohnungsanzeige. Vier Zimmer, Küche, Diele, Bad. Hm. 90 Quadratmeter mit Balkon. Im Zentrum. Das ist gut. 950 Euro kalt. Das ist aber teuer. Ja, das stimmt. Was ist mit dieser Wohnung hier? Die hat aber nur drei Zimmer. Drei Zimmer reichen doch. Und schau mal, es ist ein Neubau. Sofort frei. Und hat sogar eine Einbauküche. Was kostet sie denn? 750 Euro warm. Das ist ja super. Dann rufe ich gleich dort an und vereinbare einen Besichtigungstermin. IMH Hausverwaltung, Hellmann. Guten Tag. Guten Morgen. Mein Name ist Michaela Fischer. Ich habe Ihre Wohnungsanzeige in der Zeitung gelesen. Ist die Wohnung noch frei? Welche Wohnung meinen Sie? Die Drei-Zimmer-Wohnung für 750 Euro. Ach so. Die Drei-Zimmer-Wohnung im Neubau mit Einbauküche. Ja, richtig. Die Wohnung kostet doch 750 Euro warm. Ja, das sind 670 Euro, zuzüglich 80 Euro Nebenkosten. In welchem Stock befindet sich die Wohnung? Sie ist im dritten Obergeschoss links. Wann möchten Sie die Wohnung besichtigen? Mein Mann und ich arbeiten beide und können erst ab 17 Uhr. Wie ist es morgen Nachmittag um 17.30 Uhr? Morgen Nachmittag passt gut. Dann treffen wir uns morgen um 17.30 Uhr. Die Wohnung ist in der Töpfergasse 6. Gut. Vielen Dank und bis morgen. Wohin sollen wir das Sofa stellen? Stellt das Sofa bitte unter das Fenster. Was machst du mit dem Bild? Ich hänge das Bild über den Fernseher. Das ist aber eine schöne Vase. Ja, stell sie bitte auf den Tisch. Soll ich den Teppich unter den Tisch legen? Ja, leg ihn unter den Tisch. Wohin kommen die Bücher? Ich stelle sie gleich alle ins Regal. Stadt Frankfurt am Main. Guten Morgen. Hier spricht Katharina Ahrens. Anna Schmidt. Guten Morgen. Ich brauche eine Auskunft. Ja. Was kann ich für Sie tun? Mein Mann und ich möchten einen Antrag auf Kindergeld stellen. Wie machen wir das? Kindergeld beantragen sie bei der Familienkasse. Die Familienkasse ist in der Agentur für Arbeit im zweiten Stock. Wo ist das denn bitte? In der Fischerfeldstraße 10 bis 12, direkt neben dem Theaterhaus. Ah ja. Dann weiß ich, wo das ist. Wie sind da die Öffnungszeiten? Montag von 8 bis 16 Uhr, Dienstag von 8 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr. Müssen wir einen Termin machen oder können wir einfach hingehen? Sie brauchen keinen Termin. Sie ziehen dort eine Nummer und warten dann, bis sie aufgerufen werden. Gut, ich habe noch eine Frage. Muss unser Sohn Maxim mitkommen? Nein, aber Sie brauchen seine Geburtsurkunde. Ah ja. Nur die Geburtsurkunde? Oder müssen wir noch etwas mitbringen? Sie brauchen außerdem Ihren Ausweis und das Antragsformular. Das Antragsformular? Ja. Wenn Sie Kindergeld beantragen möchten, müssen Sie ein Formular ausfüllen. Das machen Sie am besten zu Hause, ganz in Ruhe. Wo bekomme ich das Formular? Sie können es von unserer Webseite herunterladen. Wenn Sie kein Internet haben, können Sie das Formular auch hier abholen. Ja gut, das mache ich. Ich spreche aber nicht perfekt Deutsch. Was mache ich, wenn ich das Formular nicht verstehe? Wenn Sie Probleme haben, fragen Sie bei der Familienkasse nach. Die Mitarbeiter dort helfen Ihnen gerne. Gut, dann melde ich mich einfach, wenn ich Fragen habe. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Im Moment nicht, aber vielen Dank für die Auskunft. Gerne. Auf Wiederhören. Wiederhören. Sie können in Deutschland studieren, wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis haben. Sie müssen zur Zulassungsstelle gehen, wenn Sie ein Auto anmelden möchten. Sie dürfen in Deutschland arbeiten, wenn Sie eine Arbeitserlaubnis haben. Sie können den Antrag online ausfüllen, wenn Sie Internet haben. Fragen Sie einen Mitarbeiter, wenn Sie das Formular nicht verstehen. Sie können zur Volkshochschule gehen, wenn Sie einen Sprachkurs machen möchten. Christian, hast du Maxims Geburtsurkunde? Ja, ich habe die Geburtsurkunde und das Formular. Brauchen wir noch etwas? Einen Moment. Ich schaue nach. Ich habe alles notiert. Ach ja, stimmt. Ist das dann alles? Oder haben wir etwas vergessen? Nein, wir haben nichts vergessen. Wir können jetzt losfahren. Guten Tag. Kann ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Ich möchte einen Antrag auf Kindergeld stellen. Bin ich hier richtig? Ja, kommen Sie herein. Haben Sie einen Lichtbildausweis dabei? Können Sie das bitte wiederholen? Haben Sie einen Lichtbildausweis dabei? Entschuldigung, ich verstehe das Wort nicht. Ein Lichtbildausweis ist ein Ausweis mit Foto. Ach so, jetzt verstehe ich. Hier ist mein Reisepass. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten Kindergeld beantragen. Für unseren Sohn Maxim. Da sind Sie hier richtig. Haben Sie Ihre Ausweise dabei? Natürlich. Und hier ist auch Maxims Geburtsurkunde. Perfekt, vielen Dank. Das Antragsformular haben Sie auch? Ja, aber es ist nicht vollständig. Wir verstehen nicht alles. Das macht nichts. Wir füllen es zusammen aus. So, dann schauen wir mal. Der Antragsteller sind Sie, Christian Schmitz, geboren am? 11.12.1984 in Mühlheim. Meine Staatsangehörigkeit ist deutsch. Sind Sie verheiratet? Ja, Anna ist meine Frau. Entschuldigung, kann ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Ach, du meinst die Frage nach dem Geburtsnamen oder früheren Namen? Menschen ändern manchmal ihren Namen, zum Beispiel, wenn sie heiraten. Ah, natürlich. Mein Name war früher Anna Petrova. Aber jetzt heiße ich Schmidt. Mein Geburtsname ist Petrova. Genau. Ich habe meinen Namen nicht geändert. Ich heiße Schmidt, wie mein Vater und mein Großvater. Gut, Herr Schmidt, dann schreiben wir da nichts hin. Und Sie, Frau Schmidt, wann sind Sie geboren? Am 21. Gut, und Ihr Geburtsname ist Petrova. Das haben Sie ja schon gesagt. Wie schreibt man das? Mit V. Ich buchstabiere. P-E-T-R-O-V-A Können Sie das bitte wiederholen? P-E-T-R-O-V-A Kann ich noch etwas fragen? Ja, bitte. M bedeutet männlich, W weiblich und D divers, richtig? Ja, genau. Okay, danke für die Information. So, jetzt brauche ich noch eine Unterschrift und dann haben wir alles. Sandro ist vor drei Jahren nach Deutschland gekommen. Wir sind gute Freunde und wohnen schon seit zwei Jahren zusammen in der WG. Karim ist noch neu hier. Er ist vor acht Monaten nach Deutschland gekommen und wohnt erst seit April bei uns. Ach ja, ich bin am längsten hier. Seit 26 Jahren lebe ich in Deutschland, also seit meiner Geburt. Hallo, mein Name ist Sandro. Ich bin in Bolivien geboren und zur Schule gegangen. Vor drei Jahren bin ich nach Deutschland gekommen. Zuerst habe ich Deutsch gelernt. Dann habe ich ein Praktikum bei einer Computerfirma gemacht und seit August mache ich dort eine Ausbildung zum Techniker. Mein Name ist Stefan. Ich bin in Deutschland geboren. Zwei Jahre habe ich als Kind in Schweden gelebt. Meine Eltern haben da gearbeitet. Ich bin dann aber hier zur Schule gegangen und habe später eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Ich heiße Karim. Mein Heimatland ist Syrien und ich lebe erst seit acht Monaten in Deutschland. Ich besuche jetzt einen Deutschkurs. Ich suche hier eine Arbeit, aber das ist nicht so einfach. Jetzt lerne ich für mein Deutschzertifikat B1. Sag mal Stefan, wie lange müssen die Kinder hier zur Schule gehen? Mindestens neun Jahre. Die meisten Kinder gehen aber zehn oder zwölf Jahre zur Schule. Welchen Abschluss macht man nach zehn Jahren? Den mittleren Schulabschluss. Wir sagen auch Realschulabschluss. Nach zwölf oder dreizehn Jahren macht man das Abitur. Das ist der höchste Abschluss. Wenn du das Abitur hast, kannst du an der Universität studieren. Du kannst aber auch eine Berufsausbildung machen. Und wie funktioniert das, wenn ich eine Ausbildung machen möchte? Du musst zuerst einen Ausbildungsplatz finden, also eine Firma, die dich ausbildet. Dann arbeitest du dort und lernst den Beruf. Außerdem gehst du zur Berufsschule. Berufsschule? Ich muss arbeiten und zur Schule gehen? Ja, genau. In der Firma lernst du die praktische Arbeit und in der Berufsschule die Theorie. Ich verstehe. Und wie lange dauert die Ausbildung? Meistens drei Jahre. Manchmal kann man die Ausbildung aber schon nach zwei Jahren abschließen. Am Ende musst du eine Prüfung machen. Wenn du die Prüfung schaffst, bekommst du ein Zeugnis und dann bist du fertig. Du meinst, ich muss nie wieder lernen und zur Schule gehen? Naja, du kannst auch eine Weiterbildung machen und noch mehr lernen. Puh, ich weiß noch nicht. Jetzt trinken wir erst mal was. Prost! Zum Wohl. Auf das Leben, nicht auf die Arbeit. In Bolivien habe ich ein Mädchen aus Deutschland kennengelernt. Sie hat dort als Au-pair gearbeitet. Wir waren verliebt, sind zusammen nach Deutschland gegangen und haben ganz schnell geheiratet. Zu schnell. Nach zwei Jahren haben wir uns getrennt, aber ich bin in Deutschland geblieben. Ich habe meinen Deutschkurs abgeschlossen und habe dann einen Ausbildungsplatz gesucht. Das war nicht einfach, aber ich hatte Glück. Letztes Jahr im Mai habe ich ein Praktikum bei einer Computerfirma gemacht. Mein Chef war sehr zufrieden mit meiner Arbeit. Er hat mir einen Ausbildungsplatz angeboten und im August habe ich meine Ausbildung zum Techniker angefangen. Als Kind habe ich zwei Jahre mit meinen Eltern in Schweden gelebt. Da war ich vier Jahre alt. Mit sechs Jahren bin ich in Deutschland in die Schule gekommen. Ich hatte viele Freunde und habe gern gelernt. Nach zehn Jahren Schule habe ich den Realschulabschluss gemacht. Danach bin ich ein halbes Jahr mit dem Zug durch Europa gereist. Das war genial. Ich war in Frankreich, Dänemark, Italien und in der Schweiz. Unterwegs habe ich viel gesehen und viele Leute kennengelernt. Dann bin ich aber zurück nach Deutschland gekommen und habe ein normales Leben angefangen. Ich habe im städtischen Krankenhaus eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Das hat drei Jahre gedauert. Danach habe ich eine kaufmännische Weiterbildung gemacht. Jetzt arbeite ich mehr im Büro und habe weniger Nachtdienst. Das gefällt mir gut. Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Ich habe in Syrien die Schule besucht. Nach dem Abitur habe ich zuerst ein Studium angefangen. Aber ich habe keinen Abschluss. Mein Traumberuf war Architekt. Ich habe zwei Semester Architektur studiert. Dann ist viel passiert. Mein Vater hat seine Arbeit verloren und meine Mutter hatte einen Autounfall. Das war schlimm. Die Familie hatte plötzlich kein Geld mehr. Also habe ich mir einen Job gesucht und Geld verdient. Zuerst habe ich in einem Hotel gejobbt und dann wurde das Leben in Syrien immer schwieriger. Meine Eltern, Geschwister und ich mussten fliehen und sind jetzt alle in Deutschland. Ich möchte in Deutschland ein neues Leben anfangen. Stefan und Sandro haben mir schon erklärt, wie alles funktioniert. Hoffentlich finde ich auch bald eine Arbeit. Meine Arbeit macht viel Spaß. Es gibt nur ein Problem. Wir haben viele internationale Kunden und ich muss manchmal E-Mails auf Englisch schreiben. Leider ist mein Englisch nicht so gut. In der Berufsschule haben wir auch Englisch, aber im Unterricht verstehe ich kein Wort. Deshalb möchte ich einen Englischkurs machen. Eine berufliche Weiterbildung habe ich im Moment nicht geplant. Ich möchte aber gerne einen Kochkurs machen. Am liebsten mit Sandro und Karim zusammen. Wir sind alle drei miserable Köche. Bei uns gibt's jeden Tag Salat, Grillwürstchen und Burger. Ich möchte bald eine Arbeit finden. Deshalb muss ich lernen, wie man eine Bewerbung schreibt. Stefan sagt, eine gute Bewerbung ist in Deutschland ganz wichtig. Die Unterlagen müssen vollständig und ohne Fehler sein. Vielleicht gibt es einen Kurs, wo man das lernen kann. Ich arbeite in einem Restaurant. Leider kann ich hier nicht weiterarbeiten. Mein Chef geht bald in Rente und will alles verkaufen. Deshalb bekomme ich keinen neuen Vertrag. Zum Glück gibt es viele Restaurants und Cafés in der Stadt. Hoffentlich finde ich etwas. Ich wohne gerne hier und möchte nicht umziehen. Mach doch einen Termin bei der Arbeitsagentur. Dort kannst du mit einem Berater sprechen und dich informieren. Geh doch mal in die Stadtbibliothek und lies die Stellenanzeigen in den Zeitungen. Mittwochs und samstags gibt es immer besonders viele Stellenangebote. Such doch im Internet nach Stellenangeboten. Das ist am einfachsten. Du meldest dich in einem Jobportal an und bekommst die neuen Stellenangebote sofort per E-Mail. Ich möchte mich über aktuelle Stellenangebote informieren. Da sind Sie hier richtig. Am besten sprechen Sie persönlich mit einem Berufsberater. Möchten Sie sich anmelden? Interessierst du dich auch für Aushilfsjobs? Das Hotel Aurora sucht eine Küchenhilfe. Ja, warum nicht? Wo kann ich mich bewerben? Was machst du nach dem Essen? Triffst du dich mit deinen Freunden? Nein, ich habe einen Termin bei der Berufsberatung. Ich muss mich beeilen. Der Termin ist um 14.30 Uhr. Ich interessiere mich für die Infoveranstaltung. Wo kann ich mich anmelden? Sie können sich hier anmelden. Ich brauche nur Ihren Namen und Ihre Adresse. Guten Tag. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Arbeit als Kellnerin in einem Restaurant oder Café. Kann ich mich hier über Stellenangebote informieren? Ja, da sind Sie hier richtig. Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung? Ja, zur Restaurantfachfrau. Ich habe in Polen gelernt. Jetzt arbeite ich seit 2013 im Restaurant Ratskeller. Ich arbeite in Teilzeit. Mein Chef will das Restaurant schließen, wissen Sie? Jetzt suche ich eine feste Stelle in einem anderen Restaurant. Ich verstehe. Das heißt, Sie arbeiten im Moment nicht. Doch, ich arbeite noch in Teilzeit im Ratskeller, aber nur 20 Stunden pro Woche. Ich möchte wieder in Vollzeit arbeiten, denn im Moment verdiene ich nicht genug. Gut. Sie suchen also eine Vollzeitstelle als Restaurantfachfrau. Ja, genau. Wenn es geht, im Stadtzentrum. Ich habe leider kein Auto und ich muss vormittags auch erst zum Deutschkurs. Hm. Ich schaue mal nach. Ja, hier sind einige Stellenangebote. Einige passen vielleicht nicht, aber ich drucke alle mal aus. Es gibt auch Stellen in den Nachbarstädten. Soll ich die auch ausdrucken? Nein, das ist nicht nötig. Ich möchte nicht umziehen, denn ich wohne sehr gerne hier. Ah, gut. Dann sehen wir uns nur die Stellenangebote hier aus Frankfurt an. So, ich habe fünf Anzeigen gefunden. Das ist leider nicht so viel. Stimmt, aber vielleicht ist etwas dabei. Hm. Anzeige 1 ist ein Aushilfsjob. Das passt nicht, weil ich eine feste Stelle suche. Anzeige 2 passt auch nicht, weil ich keine Bäckereifachverkäuferin bin. Und was ist hier mit Anzeige 3? Ja, das klingt gut. 38 Stunden pro Woche. Das ist eine Vollzeitstelle. Erfahrung im Service habe ich auch. Und das Restaurant ist im Stadtzentrum. Perfekt. Da bewerbe ich mich. Schön. Dann sehen wir uns jetzt noch die Anzeigen 4 und 5 an. Anzeige 4 ist eine Teilzeitstelle. Das passt nicht, weil Sie eine Vollzeitstelle suchen. Und Nummer 5 passt auch nicht, weil ich schon eine Ausbildung habe. Gut, dann haben wir leider nur ein Stellenangebot gefunden. Ja, aber vielleicht habe ich Glück. Ich schreibe gleich morgen eine Bewerbung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und wenn es nicht klappt, kommen Sie noch einmal wieder. Dann suchen wir weiter. Das mache ich. Vielen Dank. Es ist endlich Sommer. Heute ist es noch bewölkt und es kann regnen. Aber ab morgen steigen die Temperaturen auf über 25 Grad bei einem wolkenlosen Himmel. Richtiges Schwimmbadwetter also. Das waren die Nachrichten. Auf Frankfurt FM jetzt noch der Wetterbericht. Es wird Wärme am Wochenende. Nicht mehr so kalt wie in den letzten Tagen. Die Temperaturen erreichen 15 Grad. Auf jeden Fall bleibt es trocken. Erst ab Montag brauchen Sie wieder einen Regenschirm. Radio 5, das Wetter. In ganz Deutschland bleibt es kalt. Im Norden erwarten wir außerdem starke Schneefälle. Im Westen und Osten Deutschlands gehen diese in Regen über. Nur im Süden bleibt es trocken. Guten Tag. Hier ist die Firma Schmidt. Wir haben Ihren Computer repariert. Sie können ihn morgen abholen. Hallo Sonja. Ich habe die Tickets online bestellt. Ich habe sie auch schon bezahlt. Treffen wir uns um 8 Uhr vor dem Kino? Ruf mich an. Hallo Sonja und Thomas. Wart ihr gestern eigentlich auf der Party? Ich habe euch nicht gesehen. Ruft uns doch bitte mal an. Unsere Nummer kennt ihr ja. Ich sage sie aber noch einmal. Das ist die 5 4 3 3 2 2 1. Bis bald, Anja und Luise. Hi Eva, was ist los? Immer rufe ich dich an. Nie rufst du mich an. Melde dich doch mal. Hi Ilona. Wir wollen am Samstag zum Flohmarkt gehen. Kommst du mit? Ja, wann wollt ihr gehen? Schon früh. Bea will alte Kleider verkaufen. Dann müssen wir früh da sein. Anja, was heißt früh? Früh ist sehr früh. So 7 oder 8 Uhr. Nein, ich komme später. Am Samstag will ich länger schlafen. Ich habe diese Woche so viel gearbeitet. Dann komm doch später. Wir sind den ganzen Tag da. Gut, dann schreibe ich dir. Ja, prima. Dann bis Samstag. Bis Samstag. Mach's gut. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern eine Fahrkarte nach Stuttgart. Wann fährt ein Zug? Der nächste Zug nach Stuttgart fährt um 12.30 Uhr. Ich möchte gern etwas später fahren. Dann hätte ich gerne eine Fahrkarte für den Zug um 15.00 Uhr. Hin und zurück? Ja, hin und zurück, bitte. Das macht dann 75 Euro. Möchten Sie eine Reservierung? Nein, die brauche ich nicht. Ich habe noch eine Frage. Muss ich umsteigen? Nein, der Zug ist direkt. Gut. Und von welchem Gleis fährt der Zug? Von Gleis 22. Hier sind 100 Euro. Und 25 Euro zurück. Auf Wiedersehen. Gute Fahrt. Auf Wiedersehen. Wie machen Sie am liebsten Urlaub? Welches Verkehrsmittel nehmen Sie? Wir haben einige Passanten gefragt. Meine letzten Urlaube waren stressig. Volle Autobahnen, volle Züge. Dieses Jahr mache ich mit meiner Familie eine Radtour. Eine Woche lang am Rhein entlang. Das ist doch toll. Und ist das Wetter schlecht, kann man ja das Fahrrad auch in die Bahn mitnehmen. Ich habe ein Auto und brauche es jeden Tag für meine Arbeit. Ich weiß, das ist nicht gut für die Umwelt, aber es geht nicht anders. Ich muss sehr flexibel sein. Und das möchte ich auch im Urlaub. Mit Bahn oder Bus geht das nicht. Reisen mit meinem Auto heißt für mich, ich kann machen, was ich will, an einem Ort so lange bleiben, wie ich will, und alles geht schneller. Klar gibt es auf Autobahnen auch viel Staus, aber immer noch besser als stundenlang an Bahnhöfen zu warten, immer wieder umsteigen zu müssen und so weiter und so weiter. Reisen? Man muss doch auch an die Umwelt denken. Deshalb fahre ich nur selten mit meinem Auto. Bahn und Bus, beides finde ich besser. Okay, Busse sind auch Autos, vielleicht auch nicht so gut für die Umwelt, aber sie nehmen immer sehr viele Leute mit. Und das ist viel besser, als wenn jeder mit seinem Auto unterwegs ist. Ich reise am liebsten mit der Bahn. Busfahren mag ich nicht so. Natürlich ist das viel billiger, aber das dauert immer so lang und in den Bussen gibt es oft keine freien Plätze mehr. Die Fahrt mit der Bahn kann natürlich auch lange dauern. Oft gibt es Verspätungen. Aber Bahnfahren ist für mich absolut stressfrei. Ich kann lesen, aus dem Fenster schauen und schlafen und komme ausgeruht am Reiseziel an. Meine Damen und Herren, wir erreichen in 20 Minuten Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Dieser Zug hat 15 Minuten Verspätung. Ihre IC- und ICE-Anschlusszüge werden erreicht. Die Züge warten. Meine Damen und Herren, wegen Gleisbauarbeiten fährt der ICE 122 nach Köln heute nicht von Gleis 12, sondern von Gleis 14 ab. Vorsicht auf Gleis 10. Es erhält Einfahrt der Regionalexpress aus Wiesbaden. Meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze Kassel-Wilhelmshöhe. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten ICE nach Wolfsburg, Abfahrt 17.15 Uhr. IC nach Hannover, 17.22 Uhr. Der IC nach Leipzig, planmäßige Abfahrt 17.12 Uhr, von Gleis 8, muss heute leider ausfallen. Sie haben als nächste Fahrmöglichkeit nach Leipzig den ICE 5.0, Abfahrt 17.43 Uhr, ebenfalls von Gleis 8. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Die Wohnung hat drei Zimmer. Wie groß ist die Wohnung? Die Wohnung ist 55 Quadratmeter groß. Wo liegt die Wohnung? Die Wohnung liegt im zweiten Stock. Hat die Wohnung ein Bad? Ja, die Wohnung hat ein Bad. Hat die Wohnung einen Balkon? Nein, die Wohnung hat leider keinen Balkon. Ist die Wohnung noch frei? Ja, die Wohnung ist noch frei. Wann kann ich einziehen? Sie können sofort einziehen. Wie hoch ist die Miete? 500 Euro plus Nebenkosten. Muss ich Kaution bezahlen? Ja, die Kaution beträgt zwei Monatsmieten. Liegt die Wohnung zentral? Ja, die Wohnung liegt nicht weit vom Stadtzentrum. Gibt es in der Nähe eine U-Bahn? Ja, in der Nähe gibt es eine U-Bahn-Station. Wann kann ich die Wohnung besichtigen? Sie können die Wohnung am Freitagabend besichtigen. Guten Tag, Frau Berger. Hier Peter Groß von der Hausverwaltung. Guten Tag. Frau Berger, ich habe Ihr Schreiben bekommen, in dem Sie sich beschweren, dass die Mülltonnen immer voll sind. Ja, das stimmt. Nun, viele Mieter haben uns schon angerufen und dasselbe gesagt. Wir denken, das Beste ist, wenn wir zwei weitere Mülltonnen bei der Stadt bestellen. Ja, das ist doch eine Lösung. Nur, Frau Berger, die Kosten für die Müllabfuhr gehen dann in Ihre Nebenkosten. Wie viel muss ich dann mehr bezahlen? Frau Berger, wir rechnen das mal aus und teilen allen Mietern schriftlich mit, wie teuer zwei zusätzliche Mülltonnen für die Mieter sind. Vielen Dank. Dann warte ich auf Ihren Brief. Gut, machen wir das so. Bis bald, Frau Berger. Auf Wiederhören. Hallo, Tim. Du, ich glaube, es hat geklappt. Ich habe vielleicht bald eine Wohnung. Super, Julia. Erzähl mal. Naja, in der Zeitung habe ich nichts gefunden, aber auf einer Seite im Internet war ein super Angebot. Zwei Zimmer, Küche, Bad und Balkon. Im Zentrum für 400 Euro. Frei ab nächsten Ersten. Und hast du die Wohnung schon gesehen? Nein, aber ich habe heute Abend einen Besichtigungstermin. Der Vermieter war am Telefon sehr nett. Julia, das hört sich ja gut an. Dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, in einem Monat habe ich vielleicht eine neue Adresse. Und du, Tim? Wolltest du nicht auch umziehen? Ja, meine Wohnung ist zu klein. Aber immer, wenn ich mal gesucht habe, habe ich auch schnell wieder aufgehört. Es ist einfach alles zu teuer. Ich gebe dir mal die Adresse der Internetseite. Stadtverwaltung Mühlheim. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Können Sie mir helfen? Ich bin umgezogen. Ich möchte meine Wohnung anmelden. Wohin muss ich gehen? Dafür ist das Einwohnermeldeamt zuständig. Und wo ist das? Im Rathaus. Und noch eine Frage. Wir wollen bald heiraten. Kann ich im Einwohnermeldeamt auch einen Termin ausmachen? Nein, dafür müssen Sie zum Standesamt. Und wo ist das? Das ist auch im Rathaus. Wissen Sie die Öffnungszeiten. Ich habe nur nach 16 Uhr Zeit. Einen Moment. Ich schaue mal nach. Beide Behörden, das Einwohnermeldeamt und das Standesamt, haben donnerstags bis 18 Uhr geöffnet. Lektion 4 Aufgabe 9a Hallo, Peter und Anja. Ihr wollt doch heiraten. Wart ihr schon beim Standesamt? Habt ihr eure Papiere? Habt ihr alles bekommen? Wir haben unsere Geburtsurkunden und unsere Pässe. Ich hoffe, das ist alles. Nein, es fehlt noch etwas. Hast du das vergessen? Ich brauche noch mein, wie heißt das, mein Ehefähigkeitszeugnis aus Polen. Was ist das für ein Papier? Da steht, dass ich in Polen nicht verheiratet bin. Und das ist dann alles? Ja, weiter brauchen wir nichts. Hoffentlich. Was machst du eigentlich hier in der Stadt? Suchst du etwas? Nein, ich brauche nichts. Ich habe alles. Ich gehe nur spazieren. Marcel, wie war dein Sonntag? Schön. Am Vormittag habe ich mein Fahrrad repariert. Dann habe ich mit meiner Freundin telefoniert. Wir sind zusammen an den See gefahren und haben viel fotografiert. Und was hast du heute gemacht? Heute war ich an der Uni. Ich habe den ganzen Tag studiert. Wir haben doch nächste Woche einen Test. Aber gerade ist noch etwas Interessantes passiert. Ich habe Lola und Markus getroffen. Aber das erzähle ich dir, wenn wir uns sehen. Meine Eltern sind 1970 nach Deutschland gekommen. Von 1970 bis 1985 haben sie in Berlin gearbeitet. Dann sind sie nach Spanien zurückgegangen. Ich bin in Madrid geboren und habe nach der Schule eine Ausbildung als Krankenpflegerin angefangen und abgeschlossen. 2013 habe ich einen deutschen Mann kennengelernt und bin mit ihm nach Deutschland gegangen. Jetzt lebe ich in Hamburg und möchte in meinem Beruf arbeiten. Ich habe an der Volkshochschule Deutschkurse besucht und mache jetzt einen B2-Kurs. Letzten Monat habe ich Besuch von meinen Eltern bekommen. Wir haben alle zusammen Deutsch gesprochen. Mein Freund kann nämlich nur ganz wenig Spanisch. Das war lustig. Meine Eltern haben viele deutsche Wörter vergessen. Interessierst du dich für technische Berufe? Ja, ich interessiere mich für technische Berufe. Interessieren Sie sich eigentlich für den Beruf Tischler? Nein, ich interessiere mich nicht für den Beruf Tischler. Ich möchte Dachdecker werden. Interessiert sich Anna für einen kaufmännischen Beruf? Sie interessiert sich nicht für einen kaufmännischen, sondern für einen pflegerischen Beruf. Getränkemarkt West, Schneider Guten Tag. Mein Name ist Gebre Mariam. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Sie suchen einen Getränkeverkäufer. Ist die Stelle noch frei? Ja, die Stelle ist noch frei. Könnten Sie mir genauer sagen, wie die Arbeitszeiten sind? 20 Stunden pro Woche. Wir teilen das im Team auf. Wichtig ist aber, dass Sie samstags arbeiten können. Das ist kein Problem. Ich habe auch schon als Verkäufer gearbeitet. Sie haben also Erfahrung im Verkauf? Ja, ich habe in meiner Heimat fünf Jahre als Verkäufer gearbeitet, in einem Lebensmittelgeschäft in Eritrea. Sie kommen aus Eritrea? Wir haben Mitarbeiter aus vielen Ländern, aber aus Eritrea noch niemanden. Okay. Am besten, Sie kommen schon morgen hier vorbei und wir besprechen alles genauer. Gerne. Und um wie viel Uhr? Sagen wir morgen um 10 Uhr in der Kreuzerstraße 5. 10 Uhr passt mir gut. Dann also bis morgen. Bis morgen. Auf Wiederhören. Hallo Peter, hier ist Anna. Schade, dass ich dich nicht erreiche. Wir müssen noch über die Party am Samstag sprechen. Wollen wir lieber im Garten oder bei mir zu Hause feiern? Heute arbeite ich bis 17 Uhr und dann treffe ich mich noch kurz mit Franziska. Aber so um 19 Uhr bin ich zu Hause. Ruf mich bitte ab 19 Uhr an. Bis später. Berger vom Reisebüro Prima Reisen. Frau Gucci, Sie haben uns eine Bewerbung für die Stelle einer Reisebüro-Kauffrau geschickt. Diese Bewerbung hat uns gut gefallen und wir möchten Sie gern diese Woche zu einem Gespräch einladen. Können Sie mich zurückrufen? Meine Nummer ist 0172 4533 451. Auf Wiederhören. Guten Tag, hier Lehmann vom Jobcenter. Sie hatten doch Dienstagnachmittag einen Termin um 15 Uhr mit Frau Lorenz, ihrer Arbeitsberaterin. Leider müssen wir den Termin verschieben, weil Frau Lorenz bis Donnerstag krank ist. Kommen Sie bitte am Freitag um 10 Uhr. Dann ist Frau Lorenz wieder im Büro. Danke, auf Wiederhören. Hallo Thomas. Ich habe einfach kein Glück. Was soll ich tun, um einen Job zu finden? Maria, warst du schon bei der Arbeitsagentur? Nein, aber ich habe einen Termin nächste Woche. Aber ich will sofort etwas machen. Dann schau doch mal die Jobbörsen im Internet an. Aber mein Handy geht im Moment nicht. Ich habe im Moment kein Internet. Morgen will mein Freund es reparieren. Ich weiß nicht, was da los ist. Weißt du, in der Stadtbücherei kannst du kostenlos ins Internet. Geh doch da mal hin. Die Mitarbeiter dort sind sehr freundlich. Sie helfen dir. Danke. Das ist ein guter Tipp. Guten Tag, Frau González. Lange nicht mehr gesehen. Hallo, Herr Schmidt. Ja, ich hatte so viel zu tun. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben und jetzt hat es geklappt. Ab nächsten Monat habe ich endlich eine Stelle. Das ist ja toll. Und was haben Sie bekommen? Ich habe eine Arbeit an der Rezeption im Hotel National. Hier am Theater. Ja, prima. So etwas haben Sie schon so lange gesucht. Ja, und jetzt hatte ich endlich Glück. Mir hat geholfen, dass ich im letzten Monat endlich einen Englischkurs an der VHS gemacht habe. Ohne Englisch ist es schwer, eine Arbeit in einem Hotel zu finden. Das stimmt. Die Hotelwelt ist nun mal international. Müssen Sie noch mehr Sprachen als Rezeptionistin können? Nein, Deutsch und Englisch ist okay. Aber ich spreche auch noch Spanisch, wie Sie wissen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Auf jeden Fall möchte ich das feiern. Ich habe schon die anderen Leute aus dem Haus eingeladen. Am Samstagabend mache ich bei mir ein kleines Fest. Kommen auch die neuen Mieter vom Erdgeschoss? Ja, ich habe ihnen einen Zettel in den Briefkasten geworfen. Dann lernen wir sie endlich mal kennen. Und wann am Samstag? Ab 18 Uhr. Also, ich finde, wir haben das perfekte Geschenk für Heidi gefunden. Der rote Schal ist wunderschön. Ja, der ist toll. Heidi freut sich bestimmt. Rot ist ihre Lieblingsfarbe. Meine auch. Und deine, Karim? Ähm, ich weiß nicht. Ich mag Blau ganz gern. Aber egal. Komm, wir fahren nach Hause. Nachher spielt Deutschland gegen England. Das möchte ich nicht verpassen. Männer und Fußball. Na gut, gehen wir zum Auto. Oh, Moment mal. Seht ihr die Stiefel da im Schaufenster? Die sind aber schick. Findet ihr nicht? Hm, ja, ganz hübsch. Kommt ihr? Und sie passen perfekt zu deiner Tasche. Mädels, kommt ihr? Wartet. Ich gehe mal schnell in den Laden. Aber wir wollen doch los. Es dauert nicht lange. Komm, bitte. Na gut. Aber nur kurz, ja? Karim? Ach, hier bist du. Ich habe dich überall gesucht. Ja, ich habe hier diese Turnschuhe gesehen. Die sind super. Aber viel zu teuer. 116 Euro für ein Paar Turnschuhe. Das ist doch verrückt, oder? Ja, das stimmt. Und du? Hast du die Stiefel gekauft? Nein. Die waren auch zu teuer. Na ja, egal. Wir können jetzt nach Hause fahren. Warte mal, hier gibt es doch auch ein Sportgeschäft, oder? Vielleicht finde ich da ja Turnschuhe. Außerdem brauche ich ein paar Sachen für das Campingwochenende mit meiner WG. Eine neue Badehose und ein paar Flipflops vielleicht. Ich dachte, du willst nach Hause und Fußball gucken. Ja, aber etwas Zeit haben wir noch. Komm, das Sportgeschäft ist oben. Okay. Aber nur kurz, ja? Natürlich. Es dauert nur ein paar Minuten. Schau mal, alle Badesachen sind reduziert. Die Badeshorts kosten nur 12 Euro. Und die Flipflops 9 Euro. Ein Schnäppchen. Ja, das ist günstig. Wie findest du denn die gestreiften Badeshorts hier? Die sind doch ganz schön. Ja, die gefallen mir auch. Gibt es die in Größe M? Hm, Größe M sehe ich nicht. Nur S und XL. Zeig mal. Nein, die passen mir nicht. S ist zu klein und XL zu groß. Die einfarbigen Shorts gibt es aber in M. Und die Karierten auch. Ja, die Karierten sind nicht schlecht. Die nehme ich. Und die blauen Flipflops da drüben. Die nehme ich auch. Siehst du Größe 43? Äh, 42, 44. Ah, du hast Glück. Hier sind die blauen Flipflops in Größe 43. Perfekt. Hey, gehen wir jetzt zur Kasse? Ja, gleich. Wo sind denn die Turnschuhe? Da vorne. Aber die sind nicht reduziert. Die kosten hier auch über 100 Euro. Außerdem hast du doch Turnschuhe. Welche meinst du? Die schwarz-weißen. Die sind doch ganz gut, oder? Ach, ja. Die sind aber schon zwei Jahre alt. Guck mal, die roten Turnschuhe hier sind doch super. Und die kosten nur 99 Euro. Nur 99 Euro? Das ist aber kein Schnäppchen. Stimmt. Aber die sind wirklich super. Die muss ich haben. Wenn du das Fußballspiel noch sehen willst, dann müssen wir jetzt wirklich gehen. Für heute haben wir genug, oder? Ach, lass mal. Ich schaue mir morgen die Wiederholung an. Ich gehe jetzt zur Kasse und dann gehen wir noch etwas essen. Was meint ihr? Wo möchtet ihr sitzen? Da am Fenster ist noch ein Tisch frei. Nehmen wir den? Ja, in Ordnung. Puh, was für ein Tag. Jetzt habe ich aber Hunger. Ich auch. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Ja, eine Cola bitte. Eine große oder eine kleine? Eine große. Und ich nehme ein großes Bier. Mein lieber Freund. Dann kannst du aber nicht mehr Auto fahren. Hm, stimmt. Dann nehme ich ein Mineralwasser. Oder kannst du nicht fahren? Ich würde jetzt wirklich gerne ein Bier trinken. Äh, ja, kein Problem. Dann fahre ich. Und ich nehme eine Apfelschorle, bitte. Super. Also, ein Bier für mich, bitte. Gerne. Möchten Sie auch etwas zu essen bestellen? Ja, gleich. Wir haben noch nicht in die Speisekarte geschaut. So, eine große Cola für Sie. Danke. Die Apfelschorle. Danke. Und ein großes Bier für Sie. Vielen Dank. Was kann ich Ihnen zu essen bringen? Ich hätte gerne einen griechischen Salat. Einen kleinen, bitte. Und dann das Schnitzel mit Champignons und Bratkartoffeln. Gerne. Und für Sie? Ich nehme die Ofenkartoffel mit Kräuterquark und Salat. Keine Vorspeise? Nein. Oder vielleicht doch. Ich würde gerne die Gulaschsuppe probieren. Aber ist die sehr scharf? Sie ist nicht zu scharf. Aber es ist ein bisschen Chili darin. Hm. Ich weiß nicht. Nein, lieber nicht. Danke. Möchten Sie vielleicht die Tomatensuppe probieren? Die ist nicht scharf. Nein, danke. Aber ich nehme eine Nachspeise. Ähm. Ich hätte gern den Apfelkuchen mit Vanilleeis. Mit Sahne oder ohne? Mit Sahne, bitte. Gerne. Und Sie? Würden Sie auch gerne eine Nachspeise bestellen? Nein, danke. Ich mag nicht so gerne Süßes. Ich freue mich jetzt auf meinen Salat und meinen Schnitzel. Und was hätten Sie gerne? Ach, ich habe gar nicht so viel Hunger. Ich nehme nur ein gemischtes Eis, bitte. Ohne Sahne. Kommt sofort. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Frau Menzel. Wir brauchen unbedingt noch Ihre Steuernummer. Könnten Sie uns die bitte mitbringen? Ja, mache ich. Ich habe Sie schon herausgesucht. Was brauchen Sie denn noch? Wir haben Ihre Kontoverbindung noch nicht. Und ich brauche auch noch die Informationen zu Ihrer Krankenversicherung. Hätten Sie am Donnerstag kurz Zeit? Wir könnten das alles am besten regeln, wenn Sie kurz vorbeikommen würden. Herr Garcia, Ihre erste Aufgabe morgen ist, dass Sie mich bei Besprechungen mit unseren Kunden unterstützen. Machen Sie bitte Kaffee für unsere Gäste, stellen Sie Wasser bereit und drucken Sie die Unterlagen aus. Ich brauche auch Informationen vom Außendienst. Die kennen die Kunden am besten. Nach der Besprechung brauche ich schnell ein Protokoll von Ihnen. Schaffen Sie das? Ja, natürlich, Frau Lott. Ab Mittwoch können Sie dann im Grafikteam anfangen. Herr Garcia, vereinbaren Sie bitte für Mittwoch einen Termin mit unserem Kunden Schmidt Elektrik für eine Besprechung. Legen Sie den Termin auf den Vormittag. Am besten so um 10 Uhr. Ich kann gerne zur Firma Schmidt hinfahren. Gut, Frau Lott. Wie sieht es mit Ihrem Treffen am Donnerstag mit Frau Obermann von der Stadtverwaltung aus? Soll ich dafür noch etwas organisieren? Ja, bereiten Sie bitte mit unserem IT-Techniker für 15 Uhr den kleinen Besprechungsraum vor. Wir brauchen einen Laptop mit Internetzugang. Bitte nehmen Sie ab halb vier auch an der Besprechung teil. Sie müssen das Protokoll schreiben. Gut, soll ich sonst noch etwas machen? Ja, rufen Sie bitte heute noch Herrn Kraft von den Stadtwerken an und verlegen Sie meinen Termin von Freitag auf Montag. Ach ja, und bitte kopieren Sie bis zu Ihrem Feierabend noch diese Dokumente hier. Sehr gerne, Frau Lott. Herr García Fernández, gut, dass ich Sie noch erwische. Wir können gleich Du sagen, oder? Ja, gerne. Ich heiße Miguel. Ich bin Sonja. Weißt du, Miguel, ich brauche unbedingt noch Stoff für den Newsletter. Da haben wir immer sieben Artikel und einer fehlt mir noch. Morgen muss ich fertig sein. Der Chef will nochmal drüberschauen und... Ach, das ist wieder eine Hektik. Entschuldigung, ich verstehe nicht genau. Brauchen Sie, äh, brauchst Du eine Grafik von mir? Nein, habe ich doch gesagt. Einen Artikel brauche ich unbedingt. Du kannst doch schnell was schreiben. Einfach runtertippen. Wir biegen das dann schon hin. Äh, ja. Ich helfe Ihnen. Ähm, dir sehr gerne. Aber was? Schreiben? Pass mal auf. Wir haben immer mal einen Artikel über neue Mitarbeiter. Ich brauche von Dir nur einen kleinen Text über Dich und Deine Arbeit hier. So 80 Wörter. Das ist genug. Ach so, ja, das kann ich machen. Gleich morgen früh. Nein, nein. Jetzt, sofort. Ich habe doch keine Zeit mehr. Und ein Foto brauche ich auch. Du bei der Arbeit. Nimm mal ein paar Mappen in die Hand, damit das echt aussieht. So. Ist doch kein Problem. Nein, kein Problem. Ich schreibe sofort etwas. Danke. Du bist ein Schatz. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Kai Habermann. Ich möchte Sie heute über das deutsche Schulsystem informieren. Hier in Deutschland gibt es eine Schulpflicht. Pflicht bedeutet, dass alle Kinder zur Schule gehen müssen. Mindestens neun Jahre lang. Die meisten Kinder kommen mit sechs Jahren in die Schule. Ähm, Entschuldigung, darf ich etwas fragen? Ja, natürlich. Gibt es auch eine Schule für ganz kleine Kinder? Mein Sohn ist erst vier und meine Tochter drei. Ich möchte, dass meine Kinder früh etwas lernen. Für kleine Kinder gibt es den Kindergarten oder die Kita. Schauen Sie mal. Ich habe Ihnen ein Schaubild gegeben. Da sehen Sie ganz unten Kindergarten oder Kita. Ja, und da steht freiwillig. Freiwillig heißt doch, die Kinder können in den Kindergarten, aber sie müssen nicht. Genau, der Kindergarten ist keine Pflicht. Die Grundschule ist aber Pflicht. Alle Kinder müssen vier Jahre lang die Grundschule besuchen. Entschuldigung? Ja, bitte. Ist es richtig, dass die Grundschule nur vier Jahre dauert? In meinem Land muss man acht Jahre zur Grundschule gehen. Ja, in vielen Ländern ist das anders. Aber in Deutschland sind es vier Jahre. Haben Sie sonst noch Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage. Stimmt es, dass die Schulbildung für alle kostenlos ist? Ja, das stimmt. Die meisten Schulen kosten nichts. Die Eltern müssen natürlich die Bücher bezahlen oder das Essen für die Kinder. Aber kein Schulgeld. Es gibt aber auch private Schulen. Da ist das anders. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, sehen wir uns jetzt ein Schaubild an. Dieses Schaubild zeigt uns das Schulsystem hier in Hessen. Sie sollten wissen, dass es von Bundesland zu Bundesland leichte Unterschiede gibt. Nach der Grundschule müssen die Eltern eine Schulform für ihr Kind wählen. Das ist nicht einfach, denn es gibt viele Möglichkeiten. Die wichtigsten sind das Gymnasium, die Realschule und hier bei uns die Hauptschule. Die Realschule endet nach der 10. Klasse. Dann sind die Kinder circa 16 Jahre alt. Am Gymnasium kann man noch zwei Jahre länger lernen und nach der 12. Klasse das Abitur machen. Entschuldigung, kann ich auch etwas fragen? Ja, bitte. Meine Tochter geht aufs Gymnasium, aber sie möchte kein Abitur machen. Ist es richtig, dass sie nach der 10. Klasse aufhören kann? Ja, das geht. Nach der 10. Klasse kann ihre Tochter den mittleren Schulabschluss machen. Danach kann sie eine andere Schule besuchen. Zum Beispiel eine Berufsschule. Oder sie kann eine Ausbildung machen. Ich habe auch noch eine Frage. Wie kann man sehen, auf welche Schule die Kinder gehen? Entschuldigung, ich verstehe Ihre Frage nicht. Wie meinen Sie das? Ich meine, gibt es besondere Kleidung, zum Beispiel für das Gymnasium oder die Gesamtschule? Ah, jetzt verstehe ich. Nein, es gibt keine besondere Kleidung und keine Schuluniform. Jedes Kind kann die Kleidung tragen, die es möchte. Und stimmt es, dass Mädchen und Jungen zusammen lernen? Ja, das stimmt. Jungen und Mädchen gehen zusammen in eine Klasse. Nur im Sportunterricht sind sie manchmal getrennt. Als Jugendliche haben Jungen und Mädchen oft andere Interessen. Viele Jungen wollen Fußball spielen. Und die Mädchen möchten lieber tanzen oder turnen. Deshalb gibt es an vielen Schulen getrennten Sportunterricht. Meistens ab der siebten Klasse. Haben Sie sonst noch Fragen? Heute war ein richtig blöder Tag. Wir haben eine Klassenarbeit in Mathe geschrieben und ich konnte drei Aufgaben nicht lösen. Ich bin sicher, dass ich eine schlechte Note bekomme. Aber das war nicht alles. Im Sportunterricht sollten wir Basketball spielen. Ich wollte den Ball in den Korb werfen, aber ich bin umgeknickt und hingefallen. Ich konnte nicht aufstehen. Mein Knöchel hat schrecklich wehgetan. Ich musste sofort ins Krankenhaus. Zum Glück durfte mein Bruder mitkommen. Jetzt habe ich ein Gipsbein und muss eine Woche zu Hause bleiben. Dann darf ich wieder in die Schule. Aber ich kann natürlich noch keinen Sport machen. Echt blöd, was? Hast du die Einladungen gelesen, Verena? Der Elternabend ist am 5. November und der Elternsprechtag auch. Na toll. Und jetzt? Wie sollen wir das schaffen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir gehen zuerst zum Elternsprechtag. Du sprichst mit Oles Lehrern und ich spreche mit Tills Lehrern. Und abends gehen wir zusammen zum Elternabend in Annikas Schule. Pff, ganz schön stressig, aber okay. Wir müssen beim Elternsprechtag auch nicht mit allen Fachlehrern sprechen. Das stimmt. Ole hatte noch nie große Probleme in der Schule. Nein, aber er ist traurig, weil er eine 5 in Mathe geschrieben hat. Deshalb möchte ich mit der Mathelehrerin sprechen. Frau Neubert? Die ist doch auch Tills Mathelehrerin. Da kannst du gleich fragen, wie Till in Mathe steht. Mach ich. Und du sprichst bitte mit Tills Englischlehrerin und dem Deutschlehrer. Die letzten Klassenarbeiten waren in beiden Fächern nicht gut. Und in Mathe hat er ja auch Probleme. Ich möchte nicht, dass Till sitzen bleibt. Ja, du hast recht. Vielleicht braucht er Nachhilfe. Bis zum Zwischenzeugnis ist ja noch Zeit. Da kann er sich noch verbessern. Hallo. Hallo, Tom. Hier ist Akono. Ich habe eine Frage. Kennst du einen guten Orthopäden? Ich habe starke Rückenschmerzen und mein Nacken tut auch sehr weh. Ruf am besten meinen Arzt an. Das ist Dr. Arendt. Die Nummer ist 37 45 21. Gut, danke. Hast du sonst noch Tipps für mich? Leg dir ein warmes Kirschkernkissen auf deinen Nacken. Mach während der Arbeit kurze Pausen und bewege deinen Kopf. Und das hilft? Ja, ein bisschen. Aber schau mal im Internet und mach einen Yoga-Kurs. Zum Beispiel bei der VHS. Yoga? Ja, das hilft dir, deinen Nacken zu entspannen und deine Muskeln aufzubauen. Ruf auch mal bei deiner Krankenkasse an. Manchmal vermitteln die auch Rückenkurse. Rückenkurse? Ja, das sind Kurse, wo man lernt, wie man im Alltag die Rückenmuskulatur stärkt. Übrigens übernimmt manchmal die Krankenkasse auch einen Teil der Kosten für diese Kurse. Wirklich? Das wusste ich nicht. Frag auch noch mal deinen Hausarzt oder Apotheker. Die können dir sicher noch ein paar Ratschläge geben. Das mache ich. Vielen Dank, Tom, für deine vielen guten Tipps. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe Probleme mit dem Rücken und dem Nacken. Und ich habe starke Schmerzen. Seit wann haben Sie die Schmerzen? Eigentlich schon länger. Aber seit einer Woche tut mir auch meine rechte Schulter weh. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite im Büro. Meistens am Computer. Treiben Sie Sport und machen Sie im Büro zwischendurch mal Pausen und bewegen sich? Naja, ich gehe hin und wieder joggen. Aber ich mache keine spezielle Sportart. Im Büro sitze ich den ganzen Tag vor dem Computer und in der Mittagspause gehe ich in die Kantine. Das sind Verspannungsschmerzen. Sie bewegen sich zu wenig. Ich mache Ihnen im Nacken ein Sporttape. Das nimmt Ihnen erst einmal den Schmerz. Dann gebe ich Ihnen eine Salbe für die Schultern. Damit reiben Sie die Schultern gut ein. Ich verschreibe Ihnen noch Tabletten und ich empfehle Ihnen dringend, mehr Sport zu machen. Sie können zum Beispiel einen Yoga-Kurs machen oder einen speziellen Rückenkurs. Der Trainer zeigt Ihnen gute Übungen, die Ihnen im Alltag helfen. So können Sie Ihre Rückenmuskeln stärken. Ich schlage vor, wir sehen uns in vier Wochen wieder und Sie erzählen mir dann, ob es Ihnen besser geht. Haben die Medikamente Nebenwirkungen? Nun ja, die Tabletten können etwas müde machen. Nehmen Sie die am besten abends vor dem Schlafen gehen. Haben Sie einen empfindlichen Magen? Eigentlich nicht. Gut. Manche Patienten klagen über Übelkeit. Die Salbe probieren Sie erst einmal an einer kleinen Stelle aus. Sie kann die Haut etwas reizen, wenn man empfindlich ist. Sollten Sie Probleme haben, kommen Sie bitte sofort wieder. Gut. Gibt es auch noch alternative Behandlungen? Ich kann Ihnen noch Akupunktur anbieten. Das hilft, die Muskeln zu entspannen. Übernimmt das die Krankenkasse? Manche Krankenkassen übernehmen einen Teil der Kosten. Da müssen Sie Ihre Krankenkasse fragen. Aber versuchen wir es erst einmal mit der Salbe und den Tabletten. So. Hier sind die Salbe und das Rezept. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Vielen Dank, Herr Doktor. Guten Tag, Sie sprechen mit der Saxonia Krankenkasse. Bartels mein Name. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Akono Okoye. Ich habe eine Frage. Da ich sehr starke Rückenschmerzen habe, war ich heute beim Arzt. Der sagt, ich soll Yoga machen und am besten einen Kurs besuchen. Ja, bestimmte Yoga-Übungen sind gut für den Rücken. Bieten Sie denn als Krankenkasse Yoga-Kurse an? Wir? Nein. Wir geben keine Yoga-Kurse. Aber wir zahlen einen Teil der Kursgebühr. Wie kann ich denn einen Kurs finden? Nun, den Kurs müssen Sie selber suchen. Wichtig ist, dass der Yoga-Kurs von einem anerkannten Yoga-Lehrer oder einer anerkannten Yoga-Lehrerin geleitet wird. Wie bitte? Nun, die Person muss eine Ausbildung zum Yoga-Lehrer haben. Und woher weiß ich das? Am besten ist, Sie schauen erst einmal, wo es in Ihrer Nähe Yoga-Kurse gibt. Dann können Sie den Namen des Kursleiters erfahren. Auf unserer Webseite haben wir unter dem Thema Yoga-Kurse eine Auflistung mit allen anerkannten Yoga-Lehrern. Oh, das ist aber kompliziert. Sie können uns aber auch anrufen und nochmal nachfragen. Hm, ja. Oder Sie machen einen Kurs in einer öffentlichen Einrichtung. Eine öffentliche Einrichtung? Ja, zum Beispiel in der Volkshochschule. Ah, okay. Und wie geht das mit der Kursgebühr? Wie viel zahlt die Krankenkasse? Wir zahlen die Hälfte der Kursgebühr. Sie melden sich beim Kurs an und zahlen erst einmal die gesamte Kursgebühr. Am Ende des Kurses bekommen Sie dann eine Bescheinigung über die Teilnahme. Diese schicken Sie uns zu und wir erstatten Ihnen dann die halbe Kursgebühr. Ach so. Dann vielen Dank für die Information. Bitteschön. Auf Wiederhören. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Ich möchte 200 Euro auf mein Konto einzahlen. Gerne. Haben Sie Ihre Bankkarte dabei? Hier, bitte. Guten Tag. Ich fahre bald in die Türkei und möchte Geld wechseln. Wie viel türkische Lira bekomme ich für 100 Euro? Einen Moment, bitte. Ich schaue mal nach. Entschuldigung. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben, aber der Geldautomat funktioniert nicht. Ja, der Automat ist defekt. Aber da drüben ist noch einer. Der funktioniert. Gut, danke. Dann versuche ich es dort. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte Geld nach Griechenland überweisen. Mein Bruder lebt dort. Wie viel möchten Sie überweisen? 350 Euro. Ich möchte ein Konto eröffnen. Wisst ihr, wie das geht? Nicht so genau. Aber ich habe einen Cousin, der bei einer Bank arbeitet. Den können wir fragen. Ja, gut. Sag mal, müsst ihr für euer Konto etwas bezahlen? Eine monatliche Gebühr oder so? Nein, ich habe ein Konto, das kostenlos ist. Ich auch. Du, Sergej, ich muss sowieso zur Bank. Ich habe noch eine Rechnung, die ich bezahlen muss. Komm doch mit und sprich mit meinem Cousin. Gute Idee. Kommst du auch mit, Moritz? Ja, ich muss zum Geldautomaten. Ich habe keine Kohle mehr. Hey, Sergej, wie geht's? Gut, danke. Hast du jetzt ein Konto? Ja, Kikis Cousin hat mir geholfen. Aber ich habe schon wieder ein Problem. Ich habe im Internet ein paar Sachen bestellt. Jetzt muss ich die Rechnung bezahlen, per Überweisung. Das habe ich noch nie gemacht. Kann mir jemand helfen? Am besten fährst du zur Bank. Da kann dir bestimmt jemand helfen. Das wollte ich machen, aber ich habe gerade kein Kleingeld in der Tasche. Kann mir jemand fünf Euro leihen für den Bus? Ich habe schon zwei andere Freunde gefragt, aber niemand hat Geld dabei. Ein Moment. Hier sind vier Euro. Reicht das für den Bus? Ja, ich glaube schon. Vielen Dank. Ich gebe dir das Geld am Montag zurück. In Ordnung. Ich muss jetzt los. Ich habe gleich ein Seminar. Bis später dann. Ich habe hier eine Rechnung, die ich bezahlen möchte, per Überweisung. Kann mir jemand sagen, wie das geht? Ja, da kann ich Ihnen helfen. Ich gebe Ihnen ein Überweisungsformular. Das müssen Sie ausfüllen. Dann stecken Sie das Formular in den Kasten da drüben. Das ist ja gar nicht kompliziert. Nein, es ist ganz einfach. Aber das Formular hier, das ist kompliziert. Können Sie mir sagen, was Zahlungsempfänger heißt? Der Zahlungsempfänger ist die Person oder die Firma, die das Geld bekommt. Das ist zum Beispiel die Rechnungsnummer. Die ist wichtig, weil die Firma dann weiß, wofür das Geld ist. Verstehe. Wissen Sie, wo ich die Rechnungsnummer finde? Ja, die steht auf der Rechnung. Sehen Sie, hier. Ah ja, gut. Dann versuche ich das mal. Ich kann so eine Überweisung auch online machen, oder? Ja, das geht ganz ähnlich. Eigentlich kein Problem. Vielen Dank. Dann versuche ich das bei der nächsten Rechnung. Entschuldigen Sie, junger Mann. Ist der Automat hier kaputt? Ich möchte einen Kontoauszug ausdrucken. Ja, dieser Automat wird gerade repariert. Aber da vorne ist noch einer. Wissen Sie auch, wie der funktioniert? Sie müssen nur Ihre Bankkarte in den Automaten schieben. Sehen Sie, hier. Die Kontoauszüge werden dann ausgedruckt. Ah ja, vielen Dank. Sie müssen wissen, ich arbeite 40 Stunden die Woche in einem Callcenter und spreche da den ganzen Tag. Es macht mir Spaß, Kunden zu beraten. Aber abends will ich dann oft einfach in Ruhe abschalten. Und das kann ich am besten mit Schach spielen. Ach, das ist ja interessant. Das hört man ja nicht so oft, dass junge Leute Schach spielen. Und wie oft spielen Sie Schach? Normalerweise zweimal die Woche. Montags und donnerstags treffe ich mich mit einem Freund und wir spielen Schach. Ich genieße es sehr, mal nicht die ganze Zeit sprechen zu müssen und mich ganz auf das Spiel zu konzentrieren. Vielen Dank. Moment mal, warten Sie bitte kurz. Würden Sie uns bitte auch erzählen, was Ihr liebstes Hobby ist? Ach, ich habe viele Hobbys. Ich singe in einem Chor und in den Semesterferien reise ich gerne. Aber meine größte Leidenschaft ist das Basketballspielen. Ich spiele zweimal die Woche in einem Verein Basketball. Und wie lange machen Sie das schon? Schon seit zehn Jahren. Und die meisten aus unserem Team sind auch schon viele Jahre dabei. Es macht wirklich Spaß, sich so richtig auszupowern. Ich brauche die Bewegung, denn sonst sitze ich viel herum. In Vorlesungen, in der Bibliothek und daheim beim Lesen und Lernen. Ja, das klingt nach einem guten Ausgleich zum Studium. Vielen Dank. Und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Freizeit? Ja, wenn ich wirklich Freizeit hätte, dann würde ich auch wieder gerne Basketball oder Tennis spielen. Aber leider habe ich nicht genug Zeit dafür. Ich arbeite meist 60 Stunden die Woche und bin abends zu müde, um Sport zu machen. Und wie entspannen Sie? Sehen Sie fern? Manchmal, aber nicht so oft. Am besten kann ich abschalten, wenn ich koche. Sie kochen? Das ist ja interessant. Und wie oft und was, wenn ich fragen darf? Sicher drei bis vier Mal in der Woche koche ich für meine Frau und die Kinder. Von Schnitzel über Nudeln mit Tomatensauce bis zu asiatischen Gerichten koche ich eigentlich alles Mögliche. Je nachdem, worauf wir gerade Appetit haben. Entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich los. Meine S-Bahn kommt gleich. Ja, natürlich. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Hallo, hier ist Radio Frankfurt aktuell. Wir machen heute eine Umfrage zum Thema Freizeit. Was macht ihr in eurer Freizeit? Hallo, ich bin Simon. In meiner Freizeit spiele ich mit meinem Kumpel Sven Tennis in unserem Tennisverein. Manchmal spiele ich auch mit meinem Opa Schach. Schach, das ist ja interessant. Ja, und mit seinem Opa zu spielen macht auch richtig Spaß. Was macht ihr sonst noch so? Naja, im Sommer treffen wir uns oft mit unseren Freunden am See. Dort schwimmen oder surfen wir. Letzten Monat konnten wir sogar mit unserer Schulklasse im Schulsport einen Surfkurs machen. Das war klasse. Ja, vielen Dank, Simon und Sven. Hier sind Frau und Herr Weber. Frau Weber, was machen Sie in Ihrer Freizeit? Nun, in meiner Freizeit mache ich viel Handarbeiten. Jetzt habe ich gerade einen Nähkurs in unserer VHS gemacht. Das war auch sehr schön. Sonst besuche ich jeden Montagabend mit meinem Mann einen Tango-Kurs in unserer Tanzschule. Oh, Sie tanzen Tango? Ja, mit meinem Mann. Sind Sie ein guter Tänzer, Herr Weber? Nun ja, wenn ich mit meiner Frau tanze schon. Ich tanze gerne mit ihr. In unserer Tanzgruppe gibt es viel bessere Tänzer, aber mit unserem Tanzlehrer lerne ich das schon. Dann drücke ich Ihnen die Daumen. Ihnen viel Glück und viel Spaß. Hallo, hier ist Frankfurt Aktuell. Ich habe für Sie noch ein paar Tipps fürs Wochenende. Der Segelverein Ostwind bietet am Samstag und Sonntag am Westhafen jeweils von 10 bis 18 Uhr einen Schnupperkurs im Segeln an. Kosten? 25 Euro pro Person. Anmeldungen und Infos direkt beim Verein unter 069 999 777 8. Für alle, die lieber kreativ sind, bietet die Volkshochschule am Samstag einen Kreativtag an. Aus alten Verpackungen, Stoffresten und anderem werden Taschen genäht, Körbe geflochten, Schmuck gebastelt und allerlei schöne Dinge gemacht. Upcycling nennt sich das. Weitere Infos unter www.vhs.de Und hier nun ein Tipp für alle Poetry-Slammer. In der Stadthalle findet am Samstagabend ab 18 Uhr der City Poetry Slam statt. Eingeladen sind alle, die Gedichte, Texte und Musik mögen. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag veranstaltet das Kinderhilfswerk sein jährliches Sommerfest. Wie immer ist das Programm umfangreich. Musik, Malen, Basteln, eine große Hüpfburg und vieles mehr. Spiel und Spaß für Groß und Klein. Los geht's ab 11 Uhr. Sollen wir am Wochenende eine Gartenparty machen? Ja, das ist eine gute Idee. Hast du einen großen Grill? Leider nein. Ich habe nur einen kleinen Grill. Aber André hat einen. Wir brauchen auch gute Grillkohle. Ja, und wir müssen auch kühle Getränke kaufen. Soll ich einen gemischten Salat machen? Ja, gerne. Ich kann eine tolle Soße mitbringen. Gut, dann kann ich bei unserem Bäcker ein leckeres Brot kaufen. Dann müssen wir am Samstag nur noch etwas frisches Fleisch und knackige Würstchen kaufen. Hallo André, ich wollte am Samstag eine Grillparty machen. Sandro findet die Idee auch gut. Hast du auch Lust? Ich weiß nicht. Wo willst du denn grillen? Ich habe einen kleinen Garten. Das wird bestimmt eine gemütliche Feier. Du hast einen Garten? Ja, jeder bringt etwas mit. Sandro bringt das leckere Brot von seinem Bäcker mit. Die kühlen Getränke und das frische Fleisch kaufen wir am Samstag zusammen. Kannst du deinen großen Grill mitbringen? Nun, eigentlich wollte ich mit meiner Familie eine schöne Radtour machen oder eine gemütliche Schiffstour. Eine schöne Radtour und eine gemütliche Schiffstour klingt gut, aber das könnt ihr doch auch ein anderes Mal machen. Der Sommer fängt doch gerade erst an. Gut, dann bringe ich außer dem Grill noch neue Grillsoßen mit. Und Olga kann den wundervollen Nudelsalat machen, den alle immer so mögen. Das ist eine tolle Idee. Aber den bunten Prospekt mit den wunderschönen Schiffstouren bringe ich auch mit. Vielleicht möchtest du oder jemand von den anderen auch mitfahren. Ja, super. Dann können wir einen interessanten Ausflug planen. Ja, super. Dann können wir einen interessanten Ausflug planen. Vielen Dank.